Hallo? Hallo, hallo, ey! Zehn Sekunden später. Hab einen. Hab einen. Junge, willst du doch mal helfen, du... Nee, will er nicht, Junge. Ey, was geht? Was geht? Was geht? Der neue Zero-Build-Arena-Modus ist da. Das Ganze ist im Trio und weil ich keine Freunde habe, musste ich in random Trios spielen. Es war echt lustig, bleibt bis zum Ende dran. Abonniert den Kanal und lasst einen Daumen nach oben da. Schwitzer-Bu-2007. Wo schaust du hin, was gibt es da zum Sehen? Nichts. Also, schau hierher. Hallo? 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 Ja, mein Freund will nicht reden mit dir. Oh Gott, was ist los mit dir? Oh mein Gott! Ja, nee, da bin ich ja mal sowas von raus. In dieser Runde habe ich mit zwei Brüdern gespielt. Da einer war echt korrekt. Ich habe mit mir geredet und der andere war irgendwie ein dauernd gestummt oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er gelabert. Er hat die Kindersicherung drin. Der war auf jeden Fall echt mega lust. Halt und warte. Er hat noch nie gewonnen. Ja, ich merke es, Junge. Er macht ja alles A-Helfe. Oh, ich habe gerade uns alle... Ja, das merke ich. Vierte Eliminierung. Geil, Omega. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Oh, ich bin schlecht. Ich habe mich getötet. Ey, ich muss sagen, du bist gut. Ja, danke schön, danke schön. Ach, Junge, Mann. Ich kann nicht bauen hier. Das f*** ab. Hallo? Hallo, Junge, ist dein Mikrofon los? Hallo? Frio bei mir, Digga. Ah, Junge. Hinten wir Sperme? Ja, ich bau nicht. Lol. Ja, ich bin ja nicht bau. Das ist mir schon auch klar. Ab ihn. Meine Flagge hast du nachher Lust dauer. 1 gegen 1, mitbauen. Können wir machen, weil du weißt. Warte mal, ich muss kurz durchziehen. Äh, mach. Ey, der Junge will eine 1 gegen 1. Let's go. Den klatschen wir jetzt weg. 3... 2... 1... Los. Okay, du bist schon. Ich bin wieder auf meinem richtigen Account, weil irgendwie der andere Account ist ein bisschen lost. Ich weiß nicht, das sind so komische Leute, die irgendwie auch ein bisschen langweilig sind. Also nicht gegen die, die waren eigentlich alle korrekt, aber irgendwie ein bisschen langweilig. Und deswegen hoffe ich hier ein paar bessere Leute zu finden, weil hier steht wieder YouTube im Name. Dann sind die Leute vielleicht ein bisschen lustiger oder auch nicht. Da hab ich keine Ahnung. Die sind ordentlich low da vorne. Komm, die holen wir Jungs. Auf geht's. Knock, knock, knock. Auf geht's, Jungs. Hol dir noch. Komm, komm, hol dir noch. Hol dir noch. Auf geht's. Komm, bitte Jungs. Es ist nicht so schwierig. Kommt jetzt. Bitte, bitte. Bitte verkackt's nicht. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Bitte stirb mich jetzt nicht an dem. Bitte stirb mich an dem. Bitte nicht. Nein, 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 nein. Oh, der Geist, der Typ los. Hallo. Hallo. Wo bist du? Spanien. Oh, okay. Hallo. Spanien. Ja, ich kann dich hören, aber ich bin aus Deutschland. Ich kann nicht Spanisch sprechen. Ich spreche Spanisch. Ja, das ist sehr schön für dich. Du sprach Englisch? Ja. Du sprach Englisch? Ja. Du sprach Englisch? Okay, Mann. Kannst du für mich ein Song singen? Ähm. Ich bin nicht, ähm, singen die Song. Hä? Ich bin sehr sch*** sprach Englisch. Okay? Was? Oh, ich bin, oh, ich bin. Oh, ssss. Ich bin hier hinter dem ... äh, 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 leid. Sorry, sorry, warte. Please, okay? Warte, warte. Bruh, wow. GGs. GGs. Ey, Digga, klau doch nicht die Waffe, du vollidiot. Ohne Witz, die kann dann nur so dumm sein. Alter. Ja, ich bin dead. GGs. Junge, easy, ich hole dich wieder. Kein Problem, mein Freund. Junge, er blockt mich. Wie kann man denn nur so dumm sein, Junge? Er blockt mich. Was ist denn los mit ihm, Digga? Oh, ho, ho, ho. Er blockt mich ja komplett weg, als er totstark. Junge, du No-Skin. Und du bist auch No-Skin, oder wie? Seid ihr völlig verloren, ja, zwei. Der Ultra-Lost-Lost-Lost-Lost-Lost-Lost-Lost-Lost-Lost-Lost-Lost-Lost-Lost-Lost-Lost-Lost-Lost-Lost-Lost-Lost. Bei mir ist jemand. Ich hab noch kein angegriffen. Ich mach es aber gleich. Ich hör... Ich hör Tone. Bei mir ist jemand? Da ist deadlock. Ich weiß nicht. Ich hab eine gesehen, ich hab eine gesehen. Habe ich noch? Habe ich noch? Er treibt sich. Komm, ich brauch Support. Jungs, muss halt hier. Junge, ich hör eure Endgames dauerndauern. Das ist los mit euch. Hau doch nicht ab. Alter, ne. Hallo. Hab mal eure Endgames dauerndauern. Ich hol dich gleich, wenn ich die tüte. Okay? Ich mach das ja alles gut. Fünf Sekunden später. Boah. Oh, yo. Ey, wie soll ich die Meister? Machst um. Machst um. Bro, kommt gleich rein. Pass auf. Ah, wir haben ein Mietes blockt. Sehr schnell finish. Ja, nice. Gefinished. Schüt zumachen. Und schön voll hallen. Sehr gut, Junge. Mein Mietes bisschen lost. Sender schaut noch zu. Auf süß. Okay, komm. Wir schauen noch ein bisschen was hier abgeht. Bro, schau mal. Hier. Und hier. Kuss, Digga. Knock, knock, knock. Easy. Easy, easy, easy. So was die Munition nehmen. Neues, du. Knock, knock, knock. Nice, Männer. Nice. Gebt mir auch was. Hallo, hallo. Gebt mir auch was. Hätte er halt nicht. Ehrenlos. Ach, absolut. Ne, schade. Schade. Schade daneben. Schleeeicht. Einfach nur schlecht, das daneben ist. Mann. Was für daneben, Junge. Schlecht. Einfach nur schlecht. Ich weiß, dass er da ist. Entspann dich. Ich komme ja schon mal der Sniper hier angerusht. Oh, ich treffe nichts, ne? Du musst noch vier Schuss. Wolle ich den Pilz kaputt. Nicht den Pilz kaputt machen. Der Amel Pilz. Dass er ist. Ne, ich treffe den nicht. Was ist das, Junge? Stark, Junge. Du bist ein Monster. Er ist echt gut. Der Mate ist echt nicht schlecht. Oh, nee. Komm, ey. Komm, ey. Ab ihn hab ihn hab ihn. Oh, ich bin so wundschaut. Hey, er stirbt nicht. Hallo. Ah, jetzt. Nein, 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 nein. Oh Gott, es ist so knapp. Es ist so knapp. Ich glaub, das war's mit dem Video. Danke fürs Zuschauen. Es war echt extrem anstrengend. Also, ich sag euch ganz ehrlich. Random Trio Arena. Dann auch noch null bauen. Ist schon echt ne harte Nummer. Man bekommt so viele komische Leute rein. Man bekommt No-Scans. Totale Noobs. Oder auch echt gute Spieler wie jetzt gerade am Ende. Aber irgendwas ist trotzdem dumm. Weil 90% könnt ihr nicht reden. Es ist so dumm. Und in Arena muss man sich ja Calls geben. Wenn man da nicht redet, ist es einfach nur. Ich kann euch Trio auffüllen in irgendeinem Competitive Mode nicht empfehlen. Macht das nicht. Wirklich nicht. Sucht euch ordentlich E-Mails. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne noch ein Like und ein Abo da. Und ich würd sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.